Letztens kam ich nach Hause und er steht im Vorgarten so, ich sag, was ist los, hier, Unkraut, ich sag, rennt das weg vor dir, oder was, das wächst so tief, das ist aber auch wirklich gemein, dass dir das nicht entgegenwächst, ich sag, ganz ehrlich, Karl-Heinz, du musst mehr Sport machen, und er so, ja, hätte er letztens auch gelesen, dass Sport ja wohl doch ganz gut wäre, stand auch noch drin, weniger Alkohol wäre gut, weniger Zigaretten, ich sag, oh Gott, das trifft dich ja auf allen Ebenen, ich sag, und womit fängst du an, ich lese nicht mehr.